hallo ihr lieben herzlich willkommen zurück bei den amüsiertabletten ich bin euer kwanschka und ich warne euch vor ich habe mir so ein bisschen auf die zunge gebissen jetzt so ein ganz klein wenig entzündet es kann sein dass ich daher etwas lesbel nicht schlimm tut auch nur geringfügig weh aber alles halb so wild in new zealand nur wenn sie den hk aufführen also das lassen wir an der stelle was wir machen werden ist dass wir mal wieder strohengel ins spiel reinholen leo darf heute mal für pisoran worden wird damit der kapitän novic für ja wir lassen das mal so ich würde amamu heute gerne mal bringen ansonsten stolz für zavada das muss eigentlich ganz gut reichen so erst mal ja gut ab heute wieder spiele geschnitten training haben wir schon hinter uns gebracht also von daher können wir direkt ins spiel starten ihr wisst gar nicht wie das weh tut wenn man so auf die zunge beißt und sich das so ein bisschen entzündet das ist die hölle abgefahren lutscher lassen wir das also dritter liga spielt tag gegen fortuna köln und ja wir spielen zu hause haben jetzt zweimal in folge unentschieden erzielt ich denke es ist mal wieder an der zeit dass wir mal wieder erfolgreich sind denn es wäre schön wenn wir den vorsprung auf wen wiesbaden dann auch halten können und würzburger die würzburger kickers kommen langsam aber sicher näher und auch unterhaching ist in der nähe natürlich noch ein paar punkte entfernt aber man muss ja auch nicht zu spannend machen deswegen bin ich dafür relativ schnell hier gegen zu kommen so 20 erzielte tore gegen 10 gegen tore kassiert beste eine dritte gegen schlechtesten in der dritten liga wobei 20 tore erzählt finde ich jetzt gar nicht mal wenig aber okay fortuna köln damit eine machbare aufgabe nennen wir es mal so gordon heute der kapitän denn leo hat piso heute in anführungszeichen verdrängt und ansonsten strohengel wieder in der aufstellung bülow bleibt noch mal drin statt rufen man musli auf rechts miche auf links und jetzt habe ich aus versehen die aufstellung gesprungen ist egal spielleitung steffen schwurbel und fortuna köln hat anpfiff anstoß anpfiff ist gegeben los geht's auf der rechten seite nicht gut durchgesetzt muss leer muss leer reingebracht den ball strohengel noch mal strohengel und jetzt bei auslassen ein wurf miche musli ja ja abgeprallt und das ganze ding dann auf den schwachen fuß linken fuß und ja den verzieht musli ja hier dann doch klar chancen plus derzeit beim ksc sehr humorlos miche immer noch miche 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 weg na aber uafero mit dem kopf auch dazwischen eckball und hier der war gut von strohengel gut durchgekommen noch mal drauf gezimmert und mit der schulter abgewährt er hätte auch reinpliehen können also insgesamt doch ganz knapp ja gordon hier ein bisschen mitgenommen worden da sind sie die probleme die wir haben nämlich die durchsetzungsfähigkeit in manchen spielsituationen doch noch etwas gewöhnungsbedürftig abstoß schöne möglichkeit aber hier für köln beradi nach sassu von gewechselt von sassu lukaicchio für 54,5 millionen an juventus das ist doch auch mal ein krasser deal so kurzer abstoß leo raus zu andrich ball weit boss hat damit gar keine probleme der kann den ball da ganz ganz gechillt runternehmen gechillt gesagt ja habe ich und was für ein hammer von strohengel aber abgefiffen da war wohl doch zu viel körpereinsatz im spiel und was für ein schuss hier von strohengel kegel wieder sehr viel körpereinsatz abgefiffen leo kriegt den ball an den kopf ecke für fortuna köln so der ball immer noch nicht raus und da liegt ein spieler am boden scheint weiter zu gehen hoffen wir es mal dass es nichts schlimmes ist ja und dann geht es nicht mehr weiter jetzt müsste wahrscheinlich die letzte Attacke kommen bevor es dann in die pause geht und fritz lässt hier den spieler aussteigen gordon ist dran ein verletzter spieler und eine menge chancen für den ksc das ist so die ja die halbzeit analyse dazu waren hier und da schon ein paar gute chancen dabei aber doch kein tor und somit ja gucken wir mal wie es bei den anderen weiter geht würdsburger kicker sind liegen zurück das ist schon mal eine gute nachricht muss leer auf der rechten seite noch nicht ganz da wo er sein sollte wird wahrscheinlich heute im laufe des spiels auch nochmal ausgewechselt anstoß strohengel jetzt hier mit musliar der in letzter zeit echt keine gute form zeigt jetzt außen michel ja aber auch niemand da der hilft fink ja und übers tor lorenz für musliar ex lager geht auch raus robin schoy dafür neu bei fortuna köln alles noch so ein bisschen hickelhackel wie gesagt musliar raus lorenz rein musliar zur zeit auch formtechnisch nicht da wo er sein könnte ja und das ding nochmal zur ecke kurze ecke jetzt michel bringt den ball rein aber ein spieler steht da dann doch noch parat michel fink oh schöne möglichkeit gut gemacht von fink und jetzt fritz den ball rausgespielt bülo ah und ernst mit den hintern michel ist auch schon relativ müde aber nochmal die möglichkeit hier und ach fink wieder wir werden jetzt amamu reinholen für strohengel allerdings ich brauche den etwas fitter auf der seite schleusender für michel auch wenn der nur geliehen ist und eigentlich nicht mehr so viel zum einsatz kommen sollte wir müssen die seiten stärken wir müssen den sturm nochmal stärken damit es hier weiter geht und damit wir hier mehr schaffen können auch ein bisschen offensivere Grundeinstellung andrich bade andrich ist durch amamu oh möglichkeit für amamu schade aber der druck der steigt und das merkt auch Fortuna Köln die sich ein bisschen zurückgezogen haben Kegel langer Ball nicht mit Föhrenbach Kurt Föhrenbach erneut Fink amamu Fink oh gut gemacht von amamu aber foul gespielt ja und jetzt wird es abgepfiffen weil der Fuß da rauskam jetzt noch ein Lucky Punch wäre gut aber ne Ball raus Mano Paolo Kurt ja und auch nichts drei Minuten nach Spitzzeit um und aus wieder 0-0 wieder unentschieden wieder nicht die Chance genutzt hier weiter zu kommen hier weiter zu machen ärgerlich ärgerlich für den KSC mit Sicherheit kommt drauf an wie jetzt die Konkurrenten auf dem Platz unterwegs gewesen sind ja schade eigentlich ne muss man mal so sehen wieder 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 Chancen liegen gelassen wieder nichts genutzt und wen Wiesbaden hat noch das Spiel vor sich ja 45 fünf Punkte rangekommen jetzt wird es langsam wieder eng da oben schauen wir mal wie wir damit weiter umgehen ich danke euch erstmal fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder euer Quatsch gesagt bis dahin haut rein ciao